Nach gruseligem Erlebnis, Lila und Mike lösten Mietvertrag für Haus auf. Frankfurt am Main, Anfang September gab es bereits erste Verwirrungen um Laila Lahuars, 28, und Mike Heiters, 32, Suche nach einem gemeinsamen Haus. Jetzt ist klar, wieso, und dass die ganze Sache für die beiden zwischenzeitlich zu einem echten Albtraum wurde. Lila und Mike befinden sich derzeit als Teilnehmer von Promi Big Brother in Deutschlands wohl berühmtestem Container. Vor Ort erzählte die Frankfurterin Mitkandidatin Mimi Fiedler, 49, nun, welche gruselige Story sich bei ihrer Haussuche abgespielt hat und wieso sie einen bereits unterzeichneten Vertrag doch noch auflösten. Wir haben uns zwei Häuser angeguckt. Das, wo wir jetzt sind, und ein, zwei Stunden später das andere, beginnt Lila ihre aufregende Geschichte. Unmittelbar nach Betreten des Hauses seien die beiden so von der Schönheit und Einrichtung des Hauses begeistert gewesen, dass ihre Entscheidung sofort fiel. Nach gruseligem Erlebnis, Lila und Mike lösten Mietvertrag für Haus auf. Frankfurt am Main, Anfang September gab es bereits erste Verwirrungen um Lila Lahuars, 28, und Mike Heiters, 32, Suche nach einem gemeinsamen Haus. Jetzt ist klar, wieso, und dass die ganze Sache für die beiden zwischenzeitlich zu einem echten Albtraum wurde. Lila und Mike befinden sich derzeit als Teilnehmer von Promi Big Brother in Deutschlands wohl berühmtestem Container. Vor Ort erzählte die Frankfurterin Mitkandidatin Mimi Fiedler, 49, nun, welche gruselige Story sich bei ihrer Haussuche abgespielt hat und wieso sie einen bereits unterzeichneten Vertrag doch noch auflösten. Wir haben uns zwei Häuser angeguckt. Das, wo wir jetzt sind, und ein, zwei Stunden später das andere, beginnt Lila ihre aufregende Geschichte. Unmittelbar nach Betreten des Hauses seien die beiden so von der Schönheit und Einrichtung des Hauses begeistert gewesen, dass ihre Entscheidung sofort fiel. Untertitelung des Hauses seien die beiden so von der Schönheit und Einrichtung des Hauses begeistert gewesen.